Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Schachmatte.TV. Freut mich sehr, dass ihr hier seid und wir spielen heute mal gegen einen Spieler mit knapp 1900. Einfach mal um ein bisschen Varianz hier reinzukriegen, ein bisschen verschiedene Spieler. Und denke mal, einige von euch spielen auch gegen ungefähr solche starken Gegner. Ich habe ein bisschen weniger Zeit genommen, damit das Video nicht zu lang wird. Und ich weiß, nachdem was letzte Woche passiert ist, vor zwei Tagen besser gesagt, als ich einfach auf Zeit verloren habe, nachdem ich die Stellung gewonnen habe, wundern sich jetzt einige, warum spielt er jetzt mit noch weniger Zeit? Ich glaube einfach, ja, ich muss jetzt hier nicht auf jedes Detail so tief eingehen, weil der Gegner doch ein bisschen schwächer ist. So, jetzt spielt er hier mit Läufer F5 und gegen so einen Aufbau, da kann der Läufer schon total nerven. Hier gibt es einen kleinen Trick. Ich spiele in solchen Stellungen ganz gerne Springer H4 und tausche diesen Läufer raus. Wobei man auch sagen könnte, man könnte auch mit Springer E5 und G4 spielen. Das ist fast noch aggressiver. Aber ich bin relativ froh, wenn dieser Läufer vom Brett ist und stelle meinen Läufer nach D3. Jetzt habe ich wieder den typischen Aufbau. Habe jetzt nicht mehr den klassischen Kolle-Zuckertortspringer auf F3 stehen. Aber ich glaube, wenn jetzt Schwarz hier hochhe, dann wird es richtig gefährlich mit H4, H5. Jetzt kommt der Zugläufer D6. Da müssen wir uns fragen, droht der was? Also Läufer schlägt, droht glaube ich nicht. Dann ziehen wir zum Beispiel den G-Bauern vor. Der Läufer kann nicht mehr weg. Den holen wir uns eventuell sogar ab. Und wenn der Turm schlägt, fangen wir den auch. Also ich mache mir keine Sorgen um den H-Bauern und spiele einfach entspannt. Springer D2. Ganz normaler Entwicklungszug. Turm schlägt H2. Okay, habe ich gerade hier noch gesagt. Und G3. Ich denke, wir haben den Läufer gefangen. Typisches Motiv auf H2. Jetzt kommt damit die 6. Und Schwarz argumentiert hier. Ich opfer gleich. Und dann habe ich meine drei Bauern und setze dich matt. Aber da sage ich, nein, springe F1. Ich decke sogar den Punkt, greife gleichzeitig den Läufer an. Den könnte man jetzt mit G1 erstmal eine Zeit lang retten. Aber ich denke, dass man den nicht für immer halten kann. Weil wir uns jetzt mit Dame G2, Dame H1 den Läufer holen. Und ja, da war Schwarz ein bisschen gierig. Aber auch sonst hatten wir schon das Läuferpaar. Und es spielt sich relativ angenehm. Und hier auf H2 zu schlagen, war ein bisschen unüberlegt in der Schnellschachpartie. Also es gibt pro Zug 5 Sekunden drauf. Wenn ihr es bis jetzt spannend findet und euch die Sache Spaß macht, dann lasst ein Like da und abonniert den Kanal. Damit helft ihr mir wirklich extremst weiter. Okay, jetzt kommt hier der Zug Dame B4 Schach. Wie reagieren wir? Also C3 sieht sehr logisch aus. Einfach mit Tempo die Dame angreifen. Die muss jetzt wieder ziehen. Und wir spielen direkt Dame G2. Hätten wahrscheinlich auch den Springer dazwischen ziehen können. Sieht auch aktiv aus, den zu entwickeln. Und ich mache hier jetzt keine großen. Also man könnte wahrscheinlich auch erstmal ruckieren. Aber ich mache hier jetzt keine großen Sachen drumherum. Sondern nehme einfach hier diesen Läufer raus. Und jetzt haben wir die luxuriöse Situation abtauschen. Also der Läufer ist zwar gut, aber ich tausche gerne ab. Kriege dafür auch Ball C4. Und was ich gerade sagen wollte, ist, ich habe jetzt hier die luxuriöse Situation, mit einem Läufer gegen zwei Bauern zu spielen. Jetzt könnt ihr sagen, naja, aber eigentlich hast du ja nur einen Bauer mehr. Weil du hast ja nur einen Läufer gegen zwei Bauern. Läufer drei wert, zwei Bauern zwei. Aber da muss ich auch wiederum sagen, so ein Läufer oder auch ein Springer, Läufer sogar noch mehr, sind in der Praxis schon deutlich stärker als eine Leichtfigur. Und okay, Darmtausch hilft mir auch weiter. Ab ins Endspiel. Und deshalb kann man also hier nicht von einem Bauern mehr sprechen, sondern es wird sich wie mehr als nur ein Bauer Vorteil spielen. Okay, wir müssen hier trotzdem präzise bleiben. Springer E2 finde ich cool. Idee ist, hier Tor G1 zu spielen. Und Springer F4. Aber wir müssen auch weiterhin präzise bleiben. Hier ist gerade der E-Bauer angegriffen. Wie spielen wir? König E2 finde ich auch wieder sehr logisch. Wir decken ihn einfach, aktivieren den König. Wir sind in einem Endspiel. Und es wurde abgetauscht. Aber ich glaube, hier kann man schon, also können viele von euch wahrscheinlich was mitnehmen, wie man jetzt so eine Figur mehr realisiert. Weil zwei Bauern heißt jetzt nicht, dass es eine unbedingt super leichte Partie wird. Aber wir haben natürlich eine gewonnene Stellung, muss man auch sagen. Und man braucht jetzt die richtige Technik. Turm G1 hier. Die Chance nämlich mit, den Läufer zu aktivieren. Der Turm zieht jetzt wieder. Jetzt könnten wir mit Springer F4 nochmal Material abtauschen. Ich habe hier was anderes vor. Ich vertreibe jetzt erstmal den Springer von seinem schönen Feld. Und wo soll der hin? Hier oder hier? Oder, okay. Er geht da hin. Hat jetzt nur noch das Feld D7. Und ich spiele diesen Zug. Befrag den Turm wieder. Wo willst du hin? Und bin doppelt auf den G-Bauern. Also man sieht jetzt, ich habe hier meine Figuren aktiviert. Alle drei sind aktiv. Und das ist einfach zu viel für die zwei. Die können jetzt die Stellung nicht mehr zusammenhalten. Und mit dem Turm schlagen. Ich bin da eiskalt. Ich will einfach nur abtauschen, abtauschen, abtauschen. Das ist der Weg, wie man so ein Endspiel wahrscheinlich am besten und schnellsten verwertet. Einfach alles runtertauschen. Jetzt haben wir Läufer gegen einen Bauern. Zwei Bauern. Und, äh, also nicht zwei, sondern wir haben jetzt einen glatten Läufer mehr. Und so kann man einfach mit dem Mehrmaterial immer mehr rausholen. Ich springe auf sechs. Und wie machen wir weiter? Mal einen Bauern nach vorne stellen. Hier der König will nach D4. Dann ist der Nächste weg. Und alles schön langsam machen. Wir müssen hier gar kein Risiko eingehen. Hier schaut der Läufer deckt dieses Feld. Die Bauern decken diese Felder. Kommt der König also auch nicht ran. Okay, jetzt tauscht Schwarz nochmal. Das Abtauschverhalten hier ist wirklich sehr schwach. Also deutlich schwächer, als man es eigentlich so von einem knapp 1900er gewohnt ist. Aber, also, ist jetzt nicht böse gemeint. Aber man darf nicht alles abtauschen. Aber ich denke mal, Schwarz spielt hier eventuell schon auf dem Putt. Warum ziehe ich den Läufer hier vor? Einfach nur kleiner technischer Zug, dass der mir nicht ausgesperrt wird. Okay, ich denke mal, Schwarz spielt jetzt auf Putt. Und lassen wir natürlich nicht zu. Hier, wenn ihr wollt, könnt ihr auch direkt zur Analyse vorspringen. Ich schneide das aber jetzt nicht raus. Aber okay, er hat es sowieso aufgegeben. Ja, und wir analysieren diese Partie. War kurz und knackig. Aber, denke ich schon, auch lehrreich. Wenn man hier ein paar Sachen auch zum Realisieren. Und auch wieder zu der Kollezuckertorteöffnung beachtet. Wir analysieren jetzt. Okay, willkommen zurück. D4, D5, ganz klassisch. Springer F3, Springer F6, E3 und Läufer F5. Also, beste Variante hier. Ich habe ja dazu schon ein Video gemacht, ist C4 zu spielen. Ich wollte jetzt aber mal einfach einen simpleren Aufbau spielen. B3. Hier, um einfach zu zeigen, man braucht hier keine große Theorie. Ups, das ist... Hier, man braucht keine große Theorie. Sondern relativ simples Schach. Hier wäre es auch, denke ich, besser, einfach erstmal alles normal zu entwickeln. Oder, also ich finde hier auch die Idee mit Springer E5 cool. Und später G4. Und dann gewinnt man hier Raum. G4, H4. Ist halt Angriffsschach. Genau. Aber, also, Springer H4 hat die Idee, jetzt das Läuferpaar zu gewinnen. Ich denke mir, hier könnte Schwarz deutlich der Zehr spielen als Läufer G6. Nach Läufer G6 tausche ich einfach raus, spiele Läufer D3. Und nur als Beispiel. Wenn jetzt hier die Rohade kommt, hätte ich hier, glaube ich, wenn ich ehrlich bin, vielleicht... Okay, erstmal den Springer entwickeln. So, sagen wir, Springer entwickelt sich auch. Ähm, hätte ich hier vielleicht nach einer Rohade. Ich will es Ihnen nur eine Beispielvariante zeigen. Ähm, Schwarz kannst du wahrscheinlich besser machen. Ich sehe schon, die Enden ist gar nicht auf meiner Seite. Aber, ich möchte jetzt trotzdem einfach mal sagen, was ich gespielt hätte. Hier hätte ich ja 4, 5 gespielt. Ähm, und auf Springer schlägt, kann man überlegen, wahrscheinlich sogar den Turm zu opfern, mit der Dame zu schlagen. Oder noch mehr Figuren rüber zu bringen. Oder davor erstmal Türme verdoppeln. Also, die Engine sieht hier 1000 Verteidigungen. Aber als Mensch ist es hier gar nicht so leicht, ähm, weil wir mit dem H-Bauern hier wahrscheinlich irgendwie was öffnen. Aber, nur kleine Bemerkungen. Rande, Läufer D6, Springer D2. Und jetzt hier schlagen wir direkt einen Einsteller, habe ich euch auch gesagt. Der Bauer hier ist nicht, ähm, nicht gefährdet. Auch auf Läufer schlägt, ist der Läufer erstens gefesselt. Und hier Springer auf 1, hätte den direkt gewonnen sogar. Ja, okay. Und auf Turma 2 haben wir eine Figur mehr. Da muss ich jetzt nicht groß, also es war, denke ich, sauber verwertet. Und hier vielleicht noch interessant, König E2, die Engine ist so krass. Ähm, die will wahrscheinlich, dass der Läufer hier aktiv bleibt nach C3, leidet er ein bisschen. Aber, also, völlig in Ordnung. Und der Rest, glaube ich, den muss man nicht mehr analysieren, weil mit einer Figur mehr, ich sehe es ja auch schon unten in der Bewertung, habe ich ziemlich sauber nach Hause gebracht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ihr Lust habt auf eine richtig systematische Grundausbildung mit allen Mechanismen, die man so braucht. Wo wollen die Figuren hin? Was zeichnet die so ganz genau aus? Ein kleines Eröffnungsrepertoire. Alles, was man eben braucht am Anfang, um wirklich ein Fundament zu haben, auf dem man auch echt aufbauen kann. Schaut mal unten. Ich habe einen Schachkurs für ambitionierte Anfänger und Fortgeschrittene gemacht, zusammen mit der Anfängerin Anja, die die ganze Zeit daneben hockt. Und immer, wenn ich irgendwas sage, was sie nicht versteht, dann fragt sie sofort nach. Also total wichtig. Die übernimmt also eure Rolle. Und das ist eine coole Sache. Es sind auch zwischendrin immer so Quizabteilungen. Die Resonanz ist auch echt gut. Und ich arbeite dran und versuche das zu verbessern, wenn es was zu verbessern gibt. Danke und wir sehen uns übermorgen. Ciao.